Das größte Flugzeug der Welt zu bauen, bedeutet jahrelange harte Arbeit. Und Milliarden von Euro stehen auf dem Spiel. In Spanien, England, Deutschland und Frankreich arbeiten daran 50.000 Menschen. Davon 6.000 Ingenieure in 15 Produktionsstätten. 3 Millionen Einzelteile. Hoch wie ein achtstöckiges Wohnhaus. 80 Meter Spannweite. Mehr als 560 Tonnen, die es in die Luft zu bringen gilt. Und Platz für 800 Passagiere. Der Airbus A380 ist in jeder Hinsicht ein Flugzeug der Superlative. Mit dem Jungfernflug dieses Giganten der Lüfte im April 2005 wurde ein neues Kapitel in der Geschichte der zivilen Luftfahrt aufgeschlagen. Die nächste Hürde in der Erfolgsstory des Airbus A380 ist seine offizielle Zulassung durch die amerikanischen und europäischen Luftfahrtbehörden. 2500 Teststunden unter allen nur denkbaren Bedingungen müssen beweisen, dass der Superairbus ein zuverlässiges und sicheres Transportmittel ist. Erst dann können ihn die Linienfluggesellschaften in ihre Flotten aufnehmen. Ich habe schon alles für die Messe gepackt. Meine Arbeitsausrüstung, die Fahnen. Und für den Fall, dass die Leute in Begeisterung ausbrechen, habe ich noch eine ganz große Fahne dabei. Damit können wir ein Gruppenfoto vom Team vor der A380 machen. Ich kümmere mich gerne um die Organisation des Drumherum, wie diese Fahnen hier. Dann habe ich spezielle Ausweise für die, die Zugang zur Maschine bekommen. Denn natürlich darf nicht jeder an Bord. Wir haben Aufkleber vom Logo angefertigt. Die bringen wir jetzt auf den Seitenflossen auf. Sie sollen so ungefähr zehn Tage halten. An sich ist das Material sehr strapazierfähig. Eigentlich hat es eine Lebensdauer von, ich würde sagen, zehn Jahren. Als ich heute Morgen um 6.10 Uhr in die Halle L35 kam, hieß es, die Maschine ist in zehn Minuten fertig. Sie trägt das komplette Farbschema von Emirates. Es ist die vierte A380. Sie ist schneeweiss. 60 Menschen haben von Dienstagabend bis heute Morgen an ihrem äusseren Erscheinungsbild für die Messe in Dubai gearbeitet. In Dubai können wir zeigen, dass die Maschine für den Markt bereit ist. Dieser Jet ist erst einmal geflogen und nur einen Monat später, am 18. November, werden wir in Dubai landen. Das ist nicht schlecht zu kurz nach dem Jungfernflug. Wir haben dann circa 90 Flugstunden. Hier müsste irgendwo ein Megafon sein. Monsieur Cetoun. Ah, du bist auch mit von der Partie. Ja, wie geht's dir? Gut, und selbst? Und so far it's a Toga-Departure. Toga-Take-Off. Take-Off mit einem firm Take-Off, okay? Absolut. Wir machen einen Check-Off the Deep. Wir verstärken die Türen nochmal. Die beiden am Bug, die beiden am Heck und die hier im Oberdeck am Bug. Aber wir warten damit am besten, bis wir aus dem Park-Bereich raus sind. Hey, we haven't got the permanent message anymore. Das ist jetzt in gewisser Weise der Lohn für unsere Arbeit. Wir präsentieren die Maschine der Öffentlichkeit. Sie ist nicht länger nur unser Spielzeug. Auch andere dürfen daran teilhaben. Das wird natürlich ziemlich anstrengend mit diesen Massen von Schaulustigen. Aber wir sind vor allem sehr stolz, unser Baby zu zeigen, bevor die erste Maschine ausgeliefert wird. Jackie! Geht's dir gut da hinten? Ja. Alles klar, Mathieu? Alles klar. Okay. Bereits am Take-Off, Gentleman. Ja. It's a Toga. Man Toga, Seres Renoy. Meidat? Nein. Das ist gut. Meidat? Was ihr habt? Ich bin aus. Hast du Beheirat? Das ist ein. Ich bin aus. Habt ihr nicht so also. Hast du die Ann Kirche, das ist 1-2-1-9. Ich bin aus. Die名in Yo-1-8-1-9-0-1-2. Auf die A380. Auf den ersten Flug. Temperatur okay? Sie ist wie eine Nähmaschine, sehr schön. Ist Jackie happy? Hauptsache, Jackie ist happy. Ich gehe mal nach hinten. Bis später. Mit Englisch tue ich mich schwer. Wenn er schnell redet, verstehe ich nur die Hälfte. Davor war ich mal vier Wochen in China und danach in Tibet. Allerdings mit viel kleineren Maschinen. Ich persönlich genieße die Präsentationen. Da trifft man mal auf andere Leute und erfährt, was sie von Airbus halten. Wir verlieren zwar eine Woche für unsere Testflüge, aber dafür zeigen wir der Welt unseren Flieger. Außerdem bieten die Messen den Technikern die Möglichkeit, mal rauszukommen und was anderes zu sehen. Das haben sie wahrlich verdient. Sie arbeiten schließlich rund um die Uhr. Das ist die Ziegen. DEPARTURE RUNWAY 3-0 LEFT, TAKE-OFF RUN AVAILABLE, 2-6-0. Auch wenn die Dubai-Luftfahrtmesse mit den großen internationalen Branchentreffs nicht mithalten kann, so ist sie doch für Airbus enorm wichtig, denn in Dubai sitzt Enerades, eine der ersten Fluggesellschaften, die die A380 geordert haben, und zwar stolze 43 Stück. Wir sperren hier den Ausstellungsbereich ab. Es werden tausende von Besuchern erwartet, da müssen wir den Zugang zur Maschine begrenzen. Außerdem bereiten wir die VIP-Präsentationen vor, die finden vormittags statt. Nachmittags folgen dann die Schauflüge. Die A380 ist die Attraktion. Das Innenleben erinnert an einen Rohbau mit freiliegenden Kabeln, dem Material und Wasserballasttanks, die als Passagiersatz dienen. Das ist Prototyp Nummer 2. Sie sehen die Maschine hier in Testkonfiguration. Das hier zum Beispiel gehört zur Standardausrüstung der Maschine. Ich kann das Wasser während des Flugs in den Frachtraum pumpen, um den CG-Effekt zu testen. Sehen Sie hier, wir haben Wasserballast sowohl im Frachtraum als auch hier unten. Das Wasser kann während des Fluges vom Bug zum Heck bewegt werden. Die vorläufig zugelassene Sitzplatzkapazität liegt bei 500. 550 für eine Klasse 3 Long-Range-Maschine. Werfen wir einen Blick auf die Tragflächen. Von hier aus sind sie gut zu sehen. Als Testperson repräsentieren wir natürlich auch die Maschine und den Flugzeugbauer. Die Leute sind oft sehr beeindruckt, wenn sie hören, man ist Testpilot und kennt das Flugzeug gut. Wir sind gewissermaßen Respektperson. Die Leute blicken zu uns auf. Die nächsten, bitte. Ich glaube, wir können zuerst das Cockpit besichtigen, wenn Sie möchten. Mathieu? Eine Sekunde. Im Cockpit wird noch ein Erinnerungsfoto gemacht. Hier staut es sich etwas. Dubai ist der Hauptsitz von Emirates. dem wichtigsten Abnehmer des A380. Und das macht die Dubai Airshow so besonders. Es ist eher eine kleine Messe, verglichen mit Bourget oder Farnborough. Aber sie hat große Bedeutung für Airbus, weil diese Region momentan boomt. Die Region du Monde hat die Vendboupe. Spannende Musik Der Höhepunkt einer jeden Luftfahrtmesse sind die Flugschauen. Jeden Nachmittag werden die Maschinen der Öffentlichkeit vorgeführt. Gelegenheit für die Konstrukteure, die Flugkünste ihrer Geschöpfe zu demonstrieren. Das alles gehört zur Testphase dazu. Seit es Flugzeuge gibt, finden solche Schauflüge statt, bei denen der Öffentlichkeit die neueste Technik vorgeführt wird. Die Leute sollen sich mit eigenen Augen überzeugen. Natürlich ist vieles in der Entwicklungsphase vertraulich, aber es gibt immer mal wieder inoffizielle Präsentationen. Vor allem die Kunden müssen in regelmäßigen Abständen über den Stand der Dinge informiert werden, damit sie am Ball bleiben. Das ist die beste Methode, um böse Gerüchte in der Presse zu dementieren. Nach dem Motto, und er fliegt doch. Der große Augenblick ist gekommen. Der Airbus A380 The Empress steigt in die Lüfte. Ein einzigartiger Anblick, wie dieser Koloss mit seinen 22 Rädern vom Boden abhebt. Die Maschine soll direkt gegenüber den Zuschauerrängen abheben. Das ist auch gelungen. In der Luft geht sie sofort in Schräglage und fliegt dann eine Kurve, um sich von der anderen Seite zu präsentieren. Sie dreht ein paar Schleifen und geht dann wieder in Schräglage. Markteinführung 20. Dezember. In Betriebnahme zweite Hälfte des kommenden Jahres. Erstkunde Singapore Airlines. Größter Kunde natürlich Emirates. Sie fliegt also eine Runde, kommt zurück, zeigt ihren Bauch und hier sieht man noch einmal gut das ganze Flugzeug. Sie dreht und da in der Kurve drosselt sie das Tempo, bäumt sich auf und fliegt ganz langsam weiter. Sie fliegt ganz langsam weiter. Jetzt legt sie wieder einen Zahn zu, gibt Vollgas, da hat Jackie die Hand im Spiel und sie steigt und steigt. Das Ziel dieses Manövers ist es, die Nase so hoch wie möglich zu ziehen und im richtigen Moment heißt es schieben, schieben, schieben. Full stick for on. Jetzt wird das Fahrwerk ausgefahren und wenn sie auf dem Weg nach unten ist, tak, schwenkt sie nach außen und fliegt ihre letzte Kurve. Erstaunlich leise Triebwerke. Vier gigantische Rolls-Royce Trend 900. Jedes einzelne mit 7000 Pfund Standschub. Etwa genauso viel wie bei der B1, aber sehr viel leiser. Claude fliegt die Maschine, extrem weich und fließend. Aber wie sie gesehen haben, gelingt es ihm gleichzeitig, die einzelnen Figuren klar voneinander abzuheben. Diese Kunst beherrscht Claude in Vollendung. Vielleicht hat es daran gelegen, dass ich nicht 30, sondern 25 Grad eingestellt habe. Sie hat sich so herumgedreht, nicht so. Der Pushover war super. Man hat die Maschine ideal gesehen. Auch das Licht war heute viel schöner, weil die Sonne höher stand. Das hat die Farben so richtig zur Geltung gebracht. Ja, es war perfekt. Heute bin ich ein bisschen höher gestiegen, damit man das Profil besser sieht. Gutes Flugzeug. Schönes Flugzeug. Die Leute sind alle gekommen, um dieses Flugzeug zu sehen. Luftfahrtmessen sind aber nicht allein zur Unterhaltung der Besucher da. Für Airbus ist Dubai in erster Linie eine gute Gelegenheit, Geschäfte zu machen. Die Testpiloten fungieren auch als Werbeträger für den Flugzeugbauer. Eine große Verantwortung. Jeder Tag wird bis ins kleinste Detail durchgeplant. Ja, so habe ich es mir gedacht. Wir stellen ein Team zusammen, das beim Ausladen der Ersatzteile mit anpackt. Wir versuchen es zu entlüften und setzen das Tauling für morgen früh 8 Uhr an. Jetzt dufte ich nach Zitronenkerosin. Im Durchschnitt gibt es in dieser Testinstallation 280.000 Parameter für 18 Flugstunden. Das variiert natürlich je nach Konfiguration. Die Datierung erfolgt auf die Mikrosekunde. Jedes Mal, wenn ich darüber rede, kriege ich angesichts dieser enormen technischen Leistung eine Gänsehaut. Vor allem, wenn man sich die Bandbreite der Parameter anschaut. Es geht von der Temperatur bis zu den Dehnungsmessstreifen, von den Beschleunigungsmessern bis zur Airbus-Spionage. Naja, schließlich habe ich die letzten beiden Jahre meines Lebens fast komplett mit den Testfluginstallationen zugebracht. Gab es heute Morgen eine Verspätung? Wir mussten auf die Instrumente für die APU-Entlüftung warten. Habt ihr es entlüftet? Ja, keine Luftblase. Aber die Spezialisten sollen das nochmal checken. Also keine Luft drin? Wir konnten nichts entdecken. Durch diese Rohre können wir Wasser vom Bug zum Heck pumpen. Da kann man auch noch einen Passagier unterbringen. Das wäre was für die Billig-Airlines. Und die ganze Ausrüstung hier ist für die Tests. Wir hatten interessierte Leute aus allen Bereichen hier. Ganz normale Besucher, aber auch Militärs und Piloten, die für andere Airlines fliegen. Oder Vertreter von FedEx. Es war wirklich alles dabei. Eigentlich ist es ja nicht unser Job als Techniker, Besucher durch die Maschine zu führen. Aber es macht Spaß. Es ist mal eine Abwechslung. Wir sind hier vollauf beschäftigt. Ständig will jemand was von einem. Die Presse, die Händler und so weiter. Dazu kommen die Termine mit den Kunden. Wir zeigen ihnen das Flugzeug. Und es macht Spaß zu sehen, wie sie reagieren. Wie begeistert sie sind. Wenn ein Pilot unter den Kunden ist, lasse ich ihn das Cockpit auf eigene Faust erforschen. Ohne mich einzumischen. Das ist mein kleines Privatvergnügen. Zu beobachten, wie er sich anstellt. Wir treffen uns also um neun, irgendwo in der Nähe des Bourges à l'Arab. Ich schlage vor, wir vereinfachen das Ganze. Wir nehmen die Küste von Jumeiravich und treffen uns dann über den Bourges à l'Arab. Die Patrouille de France wird eine Pfeilformation über dem Airbus fliegen. Hier sprühen wir die Farben der Tricolore. Und auf dem zweiten Bild sieht das dann so aus. Es ist das erste Mal, dass die Patrouille de France auf den A380 trifft. Und so auch das erste Mal, dass die beiden zusammen fliegen können. Wird ein schönes Bild geben. B-1 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 Patrouille de France, wir grüssen euch. Ja, Papai de Jibus 55. Wir sind links von euch. Wir gehen in etwa 30 Sekunden in die Kurve. Etwas weg von der Küste, damit wir Platz zum Wenden haben. Anschließend könnt ihr euch in die Position bringen. Ihr erscheint mir etwas langsam. Wie ist eure Geschwindigkeit? Wir bestätigen 2828. Verstanden. Wir gehen in den Sinkflug. Sag mir, wie du es haben willst. Welchen Neigungswinkel soll ich nehmen? Schon als kleiner Junge habe ich immer den Flugzeugen nachgeschaut. In der Luft sind sie am schönsten. Und ich habe das Glück, manchmal mit an Bord zu sein. Aber es ist das erste Mal, dass ich die Entwicklung einer solchen Maschine hautnah miterlebe. Wenn ich sehe, wie begeistert die Leute sind, erfüllt mich das mit Freude und Stolz. Klar ist das aufregend. Keine Frage. Ein Freund von mir hat mal zu mir gesagt, ihr Piloten habt alle einen Vogel. Und ich habe geantwortet, du hast recht, aber besser verrückt als langweilig. Ich finde sie ein Teil interessant, aber ich versuche ihn. Du hast recht, ich habe die Stadt mir gesagt. Jetzt wird es classic. Und ich versuche jetzt. Ich bin jetzt. Beste mal. Musik Es ist seine offizielle Zulassung durch die amerikanischen und europäischen Luftfahrtbehörden. 2500 Teststunden unter allen nur denkbaren Bedingungen müssen beweisen, dass der Super Airbus ein zuverlässiges und sicheres Transportmittel ist. Erst dann können ihn die Linienfluggesellschaften in ihre Flotten aufnehmen. Musik Ich habe schon alles für die Messe gepackt. Meine Arbeitsausrüstung, die Fahnen. Und für den Fall, dass die Leute in Begeisterung ausbrechen, habe ich noch eine ganz große Fahne dabei. Damit können wir ein Gruppenfoto vom Team vor der A380 machen. Ich kümmere mich gern um die Organisation des Drumherum, wie diese Fahnen hier. Dann habe ich spezielle Ausweise für die, die Zugang zur Maschine bekommen. Denn natürlich darf nicht jeder an Bord. Wir haben Aufkleber vom Logo angefertigt. Die bringen wir jetzt auf den Seitenflossen auf. Sie sollen so ungefähr zehn Tage halten. An sich ist das Material sehr strapazierfähig. Eigentlich hat es eine Lebensdauer von, ich würde sagen, zehn Jahren. Als ich heute Morgen um 6.10 Uhr in die Halle L35 kam, hieß es, die Maschine ist in zehn Minuten fertig. Sie trägt das komplette Farbschema von Emirates. Es ist die vierte A380. Sie ist Schneeweiss. 60 Menschen haben von Dienstagabend bis heute Morgen an ihrem äußeren Erscheinungsbild für die Messe in Dubai gearbeitet. In Dubai können wir zeigen, dass die Maschine bei liegenden Kabeln, dem Material und Wasserballasttanks, die als Passagiersatz dienen. Das ist Prototyp Nr. 2. Sie sehen die Maschine hier in Testkonfiguration. Das hier z.B. gehört zur Standardausrüstung der Maschine. Ich kann das Wasser während des Flugs in den Frachtraum pumpen, um den CG-Effekt zu testen. Sehen Sie hier, wir haben Wasserballast sowohl im Frachtraum als auch hier unten. Das Wasser kann während des Fluges vom Bug zum Heck bewegt werden. Die vorläufig zugelassene Sitzplatzkapazität liegt bei 500. 550 für eine Klasse 3 Long-Range-Maschine. Werfen wir einen Blick auf die Tragflächen. Von hier aus sind sie gut zu sehen. Als Testperson repräsentieren wir natürlich auch die Maschine und den Flugzeugbauer. Die Leute sind oft sehr beeindruckt, wenn sie hören, man ist Testpilot und kennt das Flugzeug gut. Wir sind gewissermaßen Respektperson. Die Leute blicken zu uns auf. Die Nächsten, bitte. Ich glaube, wir können zuerst das Cockpit besichtigen, wenn Sie möchten. Mathieu? Eine Sekunde. Im Cockpit wird noch ein Erinnerungsfoto gemacht. Hier staut es sich etwas. Es ist sehr schwierig. Dubai ist der Hauptsitz von Emirates. dem wichtigsten Abnehmer des A380. Und das macht die Dubai Airshow so besonders. Es ist eher eine kleine Messe, verglichen mit Bourget oder Farnborough. Aber sie hat große Bedeutung für Airbus, weil diese Region momentan boomt. Die Region du Monde ist die Region du Monde, die Levent in Poupe. Die Region wird hierherklaischen Betriebe. Das ist eine kleine Monde. Das ist eine kleine Monde. Die Region der Hauptsitzung. Sie sollen so ungefähr zehn Tage halten. An sich ist das Material sehr strapazierfähig. Eigentlich hat es eine Lebensdauer von, ich würde sagen, zehn Jahren. Als ich heute Morgen um 6.10 Uhr in die Halle L35 kam, hieß es, die Maschine ist in zehn Minuten fertig. Sie trägt das komplette Farbschema von Emirates. Es ist die vierte A380, sie ist schneeweiß. 60 Menschen haben von Dienstagabend bis heute Morgen an ihrem äußeren Erscheinungsbild für die Messe in Dubai gearbeitet. In Dubai können wir zeigen, dass die Maschine für den Markt bereit ist. Dieser Jet ist erst einmal geflogen und nur einen Monat später, am 18. November, werden wir in Dubai landen. Das ist nicht schlecht zu kurz nach dem Jungfernflug. Wir haben dann circa 90 Flugstunden. Hier müsste irgendwo ein Megafon sein. Monsieur Cetoun. Ah, du bist auch mit von der Partie. Ja, wie geht's dir? Gut, und selbst? Und so far it's a Toga-Departure. Toga-Take-Off. Take-Off mit einem firm Take-Off, okay? Okay, absolut. Wir machen einen Check-Off the Deep. Wir verstärken die Türen nochmal. Die beiden am Bug, die beiden am Heck und die hier im Oberdeck am Bug. Aber wir warten damit am besten, bis wir aus dem Park-Bereich raus sind. Hey, we haven't got the permanent message anymore. Das ist jetzt in gewisser Weise der Lohn für unsere Arbeit. Wir präsentieren die Maschine der Öffentlichkeit. Jeder Hinsicht. Ein Flugzeug der Superlative. Mit dem Jungfernflug dieses Giganten der Lüfte im April 2005 wurde ein neues Kapitel in der Geschichte der zivilen Luftfahrt aufgeschlagen. Die nächste Hürde in der Erfolgsstory des Airbus A380 ist seine offizielle Zulassung durch die amerikanischen und europäischen Luftfahrtbehörden. 2500 Teststunden unter allen nur denkbaren Bedingungen müssen beweisen, dass der Super-Airbus ein zuverlässiges und sicheres Transportmittel ist. Erst dann können ihn die Linienfluggesellschaften in ihre Flotten aufnehmen. Ich habe schon alles für die Messe gepackt. Meine Arbeitsausrüstung, die Fahnen. Und für den Fall, dass die Leute in Begeisterung ausbrechen, habe ich noch eine ganz große Fahne dabei. Damit können wir ein Gruppenfoto vom Team vor der A380 machen. Ich kümmere mich gerne um die Organisation des Drumherum, wie diese Fahnen hier. Dann habe ich spezielle Ausweise für die, die Zugang zur Maschine bekommen. Denn natürlich darf nicht jeder an Bord. Wir haben Aufkleber vom Logo angefertigt. Die bringen wir jetzt auf den Seitenflossen auf. Sie sollen so ungefähr zehn Tage halten. An sich ist das Material sehr strapazierfähig. Eigentlich hat es eine Lebensdauer von, ich würde sagen, zehn Jahren. Als ich heute Morgen um 6.10 Uhr in die Halle L35 kam, hieß es, die Maschine ist in zehn Minuten fertig. Sie trägt das komplette Farbschema von Emirates. Es ist die vierte A380. Sie ist schneeweiß. 60 Menschen haben Beträger für den Flugzeugbauer. Eine große Verantwortung. Jeder Tag wird bis ins kleinste Detail durchgeplant. Ja, so habe ich es mir gedacht. Wir stellen ein Team zusammen, das beim Ausladen der Ersatzteile mit anpackt. Wir versuchen es zu entlüften und setzen das Towing für morgen früh 8 Uhr an. Jetzt dufte ich nach Zitronenkerosin. Im Durchschnitt gibt es in dieser Testinstallation 280.000 Parameter für 18 Flugstunden. Das variiert natürlich je nach Konfiguration. Die Datierung erfolgt auf die Mikrosekunde. Jedes Mal, wenn ich darüber rede, kriege ich angesichts dieser enormen technischen Leistung eine Gänsehaut. Vor allem, wenn man sich die Bandbreite der Parameter anschaut. Es geht von der Temperatur bis zu den Dehnungsmessstreifen, von den Beschleunigungsmessern bis zur Airbus-Spionage. Naja, schließlich habe ich die letzten beiden Jahre meines Lebens fast komplett mit den Testfluginstallationen zugebracht. Gab es heute Morgen eine Verspätung? Wir mussten auf die Instrumente für die APU-Entlüftung warten. Habt ihr es entlüftet? Ja, keine Luftblase. Aber die Spezialisten sollen das nochmal checken. Also keine Luft drin? Wir konnten nichts entdecken. Ich glaube, wir können zuerst das Cockpit besichtigen, wenn Sie möchten. Eine Sekunde. Im Cockpit wird noch ein Erinnerungsfoto gemacht. Hier staut es sich etwas. Dubai ist der Hauptsitz von Emirates. dem wichtigsten Abnehmer des A380. Und das macht die Dubai Airshow so besonders. Es ist eher eine kleine Messe, verglichen mit Bourget oder Farnborough. Aber sie hat große Bedeutung für Airbus, weil diese Region momentan boomt. Es ist die Region du Monde, die Levent Poupe. Und das macht die Bedeutung für die Bedeutung für die Bedeutung für die Bedeutung. Der Höhepunkt einer jeden Luftfahrtmesse sind die Flugschauen. Jeden Nachmittag werden die Maschinen der Öffentlichkeit vorgeführt. Gelegenheit für die Konstrukteure, die Flugkünste ihrer Geschöpfe zu demonstrieren. Das alles gehört zur Testphase dazu. Seit es Flugzeuge gibt, finden solche Schauflüge statt, bei denen der Öffentlichkeit die neueste Technik vorgeführt wird. Die Leute sollen sich mit eigenen Augen überzeugen. Natürlich ist vieles in der Entwicklungsphase vertraulich. Aber es gibt immer mal wieder inoffizielle Präsentationen. Vor allem die Kunden müssen in regelmäßigen Abständen über den Stand der Dinge informiert werden, damit sie am Ball bleiben. Das ist die beste Methode, um böse Gerüchte in der Presse zu dementieren. Nach dem Motto, und er fliegt doch. Der große Augenblick ist gekommen. Der Airbus A380 The Empress steigt in die Lüfte. Ein einzigartiger Anblick, wie dieser Koloss mit seinen 22 Rädern vom Boden abhebt.